Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Ähm, ok, es ist Nacht, warte mal. Hier. Wir hauen hier noch kurz das Holz in die Kiste. Dann. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen. Ja, ein bisschen mehr vielleicht auch. Und. Stöcker. So. Und zwar. Gehen wir jetzt hier erstmal kurz pennen. Danach machen wir uns extra. Irgendwie noch nur 2+. Dann. Gehen wir zum Fichtenwald. Genau. Weil wir wollen unser Fichtenholz holen. Damit wir endlich. Äh. Unser Haus oben bauen können. Genau. Gut, dann machen wir dann der Rest auch nochmal in die Kiste. Und dann. Gieseln wir uns. So. Perfekt. Da unten soll eigentlich reichen. Glaube ich. Ich denke der Weg wird nicht allzu lang sein. Also hoffe ich jetzt mal. Sonst ist es nicht so geil. Aber naja. Wir werden es sehen. Digga. Jump doch. Eigentlich hier hinten sollte er schon sein. Auf diesem. Gebirge. Gebirge. Die sind auch grün. Sind hinten Fische grün? Ich glaube nicht. Naja. Egal. Da sind auch noch Schafe und Kühe. Schweine. Und da oben sind nun die ersten Fichtenbäume. Das passt. Gehen wir direkt mal hoch. Und da ist. Ne das ist noch Eichenholz. Ne das ist Fichtenholz. Okay. Dann nehmen wir doch das mal mit. Mit das Fichtenholz. So. Gehen wir hier auch. Alter das sieht passiert krass aus. Können wir eigentlich auch irgendwas draus bauen. Aber ja. Erstmal das Holz. Hier war das schon alles. Also der Blumen hat es ja noch. Aber hier oben. Hat es schon immer alles. Alt. Boah. Alter. Was ist denn? Alles Blumen. Okay. Von hier oben hätten wir eigentlich auch ein richtig schöner Überblick. Und Schnee. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schnee. Oder Schneebälle eigentlich. So. Dann haben wir auch zumindest Z-Sling. Reicht ja eigentlich auch. Und wir bellen ja noch mehr Bäume. Und zwar Reuben. Ja, hier hat es auf jeden Fall genug. So. Und da ist auch noch einer. Hier in hier fällen wir auf. Und ja. Eigentlich kann ich auch noch sagen. Am Donnerstag wird kein Minecraft. Also. Es wird ein Minecraft Video kommen. Aber nicht. Hier in der Let's Play Welt. Allgemein eigentlich in keiner Welt. Sondern merke ich Infos. Für einem neuen Projekt. Das dann. Am Samstag. Startet. Und ja. Dann mache ich so ein kleines Infovideo. Das ihr auch unterscheiden wisst. Und genau. Nur so nicht. Dass dann alle verwirrt sind. Hier ist ja auch noch ein Baum, Loll. Okay. Sieht. Jetzt haben wir fast ein Stack. Da ist auch noch ein Zippling. Gehen jetzt mal noch kurz wieder nach oben. Heile. Da sind bestimmt jetzt auch noch ein paar Sachen gedroppt. Ja. Gehen jetzt nicht so viel. Vielleicht hierher. Da war auch noch was. Und Sticks. Guck dir halt. Ähm. Ja. Alles klar. Guck dir. Da auch nochmal. Da haben wir elf. Elf Setsling. Das ist doch gut. Das reicht auf jeden Fall. Aber hier sieht es halt auch geil aus. Naja. Vielleicht wird ja irgendwann mal. Wenn wir. Dahinten irgendwas bauen. Wird aber sagen. Erstmal nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück. Und dann können wir gleich unser Holz fertig machen. Unser Haus fertig machen. Oder unser Häuschen. Ich weiß noch nicht aus was für Holz ich den großen Baum öffnen werde. Äh da oben glaube ich. Ne weil hier irgendwo ist. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir auch noch sehen. Okay. Genau hier ist er. Der Baum. Naja. Wir gehen aber erstmal jetzt zu unserem Haus. Und bringen die hier an. Wobei. Hier können wir eigentlich Erde nehmen. Sieht ja eh niemand. Weißt ja nicht ob wir dann die Wände trotzdem aus anderem Holz machen. Haben wir so kleine Abwechslung. Jetzt haben wir hier keine Erde mehr. Guck mal. Oh der ist so grün irgendwie. Naja geil. Wir holen kurz ein bisschen Erde. Jetzt glauben wir nehmen wir auch Eichenholz. Würde ich fast behaupten. Und ich sollte essen. Okay. Eichenholz. Ja okay das reicht zwar nicht. Nehmen wir noch das. Und dann Erde. So. Ja für Bücher. Respektive für. Ananas Zuckerrohr oder Leder. Eins von beiden müssen wir noch gucken. Oder beide Zucker. Gut sieht es auch ein bisschen strange aus. Wenn da der Boden. Zum gleichen Holz ist. Ich glaube wir machen doch ähm. Warte mal. Wir machen äh doch. Eichenholz. Sieht glaube ich einfach besser aus. Und hier ist es so dunkel. So. Und das sieht so auch ein bisschen komisch aus als Wände. Vielleicht sollten wir das als Boden nehmen. Wie Eichenholz als Wand. Und wir machen das so. Weil das hier ist eher so ein Holz für den Boden finde ich. Nein. Das war dann schon eher für die Wand. Wir machen trotzdem die Wände aus Fichtenholz und der Boden aus Rechenholz. Auch wenn es dann scheiße aussieht. Dann ist es einfach scheißegal. So. 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 Natürlich. So. Das müssen wir auf jeden Fall selbst noch Fichtenholz anpflanzen. Sonst darf ich das nirgends hin. Okay. Eigentlich der erste Raum ist eigentlich schon fertig. Das Minus. Wackeln haben wir ja auch. Weiß gar keiner mehr. So. Ähm. Ja. Hier müssen wir jetzt auch noch irgendwas hinbauen. Nicht dass man hier mal runterfällt. Wir gucken jetzt noch kurz wie viel Leder. Zuckuro haben wir. Das ist ein kleines mehr. Die Leder haben jetzt auch nur noch zwei. Ähm. Haben wir. Warte mal. Ich muss kurz gucken gehen. Würden wir auf unser Schwert. Denn. Verbrennung. Aber nicht Plünderung. 30. Haben wir eigentlich irgendwo mal ein Spawner gefunden? Dann würde ich gerne in den nächsten Paar wollen so ein. Äh. Eines. Ein. Ach wie heißt das? Nicht. Eine Spawner-Falle halt bauen. Teil. Okay. Warte. Das kommt nicht rein. Weil das wäre echt praktisch. Wenn wir das machen könnten. Die Äxte haben wir auch. Komplett übertrieben. Naja. Geil. Ähm. Okay. Okay. Ich glaube das werden wir in der nächsten Folge machen. Eine Spawner. Ops. Falsch. Ach komm. So. So eine Spawner. Spawn. Trap. Falle halt. Keine Ahnung. Ähm. Das war es mit dieser Folge Minecraft. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Scheune. What do you see?